Frau Dr. Friedrich, Sie halten Vorträge weltweit. Heute sind Sie zum ersten Mal bei der AZK. Wie ist es für Sie hier in diesem Forum? Sehr angenehm, das Forum. Bisschen aufgeregt vor 3000 Leuten. Aber wenn man seine Arbeit, die man macht, auch liebt und rüberkommt, dann ist es egal, wie viele Leute da sind. Und Sie wurden vorgestellt oder Ihr Vortrag wurde ein bisschen übertitelt mit Ich sehe was, was du nicht siehst. Das ist natürlich sehr spannend. Ist es denn tatsächlich so, dass man mit dem inneren Sehstrahl vielleicht sogar mehr sehen kann wie mit dem äußeren Auge? Nein, es ist so, dass man genauso viel sieht wie mit dem äußeren Auge. Und vom Umfang her ist es so, dass am Anfang das Gesichtsfeld wesentlich kleiner ist als mit dem normalen Auge zu sehen. Also man muss sich sozusagen ein Strahlloch durch die Maske bohren mit dem inneren Sehstrahl. Das bedarf ein bisschen Training, so dreimal drei Stunden bei den Erwachsenen einmal, dann ein bisschen Hausarbeit und danach nochmal dreimal drei Stunden. Und dann kommt bei jedem etwas Licht in die Maske hinein. Im Grunde genommen ist das erst ein bisschen wie Butterbrotpapier, Transparentpapier. Dann können Sternchen kommen. Man sagt dazu, die russischen Wissenschaftler sagen dazu Biolaser, der da durchkommt. Und dann kann es orange werden, rötlich werden. Das ist das Licht, was der Embryo im Mutterbauch vor der Geburt sehen kann. Ja, und dann gibt es dann so wie so ein Flash. Und auf einmal, ach, ich sehe es so wie eins zu eins. Und wie ist das, wenn jemand jetzt voll funktionierende Augen hat und er diesen Sehstrahl gelernt hat zu aktivieren? Funktioniert das nur, wenn man diese Maske auf hat oder funktioniert das auch so? Am Anfang ja, damit man sich so wirklich überzeugen kann. Man braucht ja der Verstand, muss überzeugt werden, dass dieser Sehstrahl tatsächlich existiert. Denn man hat ihn ja vorher unbewusst da, hat ihn aber nicht wahrgenommen. Durch die Maske sind wir in der Lage, dass man es wahrnehmen kann. Später ist es dann so, es gibt Menschen, vier kenne ich persönlich, die dann schon in der Lage sind, ohne die Maske, mit geschlossenen Augen, alles eins zu eins zu sehen, was vor ihnen ist. Und das ist natürlich dann so ein High-Level. Ich persönlich, für mich ist es entscheidend, dass diese Methode dazu dient, die Intuition generell zu verbessern, die Wahrnehmung, dass man einfach es weiß. Und dass man dieses Wissen, was man innerlich weiß, auch nach außen bringt. Und da ist es schön, wenn man dann diesen inneren Muskelimpuls spüren kann und dem auch folgt, in der ersten hundertstel Sekunde, um dann die Entscheidung zu treffen, zu seinem eigenen Wohle natürlich. Sie haben promoviert, allerdings in Wirtschaftswissenschaften. Sie waren 35 Jahre im statistischen Bereich tätig. Und dann das Thema Sehen ohne Augen. Wie kommt man als Wirtschaftsökonomin zu diesem Thema? Bei mir war das ganz einfach. Als Kind hatte ich links nur 2%, rechts nur 30%, kein räumisches Sehvermögen. Und irgendwie habe ich mir immer einen Traum gehabt, das muss physikalisch funktionieren, denn Physik war mein Lieblingsfach gewesen in der Schule. Und dann wollte ich eben diese Quantenphysik wissen, wie funktioniert das in der Zelle und vor allen Dingen für den Augen. Was macht der Sehvorgang? Was läuft da informatorisch auch ab? Und da ich nicht Medizin studieren durfte, wegen meiner Sehschwäche, habe ich den Zweitwunsch gemacht, Ökonomie. Und nach 35 Jahren bin ich wieder zurück zu meiner Jugend, Liebe, Medizin. Und verbinde jetzt beides. Bin sehr glücklich drüber. Sie haben ja nicht nur das Thema Sehen ohne Augen, Sie haben noch ganz andere Themen. Sie haben auch eine Theorie, oder wie sagt man entwickelt, Quantenharmonie, ein Konzept, genau. Was ist Ihre Motivation, die Menschen da hineinzuführen? Die Motivation ist, dass ich möchte, dass es jeder Mensch in der Lage ist, autark zu leben, so weit wie möglich autark zu leben. Dass er mit seinen eigenen Kräften und Gedanken sein Leben fröhlich, freudig, glücklich gestalten kann. Und alles, was dazu beiträgt, das finde ich. Hoffentlich. Und haben Sie das Gefühl, dass jetzt so in den letzten Jahren das Interesse in der Bevölkerung zunimmt bei Ihren Themen? Ja, ich mache ja auch keine Werbung bisher. Jetzt ist es alles nur Mund zu Mund. Und es kommen immer die Richtigen. Noch eine letzte Frage. Was würden Sie den Menschen hier mitgeben? Ich würde einfach sagen, Mut haben, froh rangehen an die Sachen. Und gierig ist das falsche Wort, weil da Gier drin ist. Also wissensdurstig, sage ich mal. Diese Bereiche, die bis jetzt noch relativ unerforscht sind, wie man sagt, Phänomene, diesem Phänomen hinterhergehen und einfach sagen, ich probiere es.